Ich komme mal wieder runter und muss mich dann verbinden. Angeweckt von mir. So, ich gucke mir mal die Map an. Okay, da sind wir also an diesem Leuchtturm. 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 Ja, da ist er dann sonst irgendwie weit und breit mischt mehr. Ich möchte trotzdem den Glee haben, ey. Ja, dann nimm dir doch den da aus dem... Ja, da laufen gerade Zombies durch. Ich sehe es da durch die Fenster. Wir könnten natürlich uns das Boot nehmen. Ja, und genauso umkommen wie ich beim ersten Mal. Nee, einfach nur hier zu der anderen Insel, weil da ist nämlich dann dieser komische Hafen und das alte Krankenhaus. Ja, zur anderen Inseln. Warte mal, ich gucke mal kurz, weil ich wollte ja auch... Weißt du, das war quasi... Achso, du meinst einfach hier die Ecke rüber. Ja, also nicht direkt bis zum Hafen, um Gottes Willen. Wir sind ja nicht bescheuert, aber... Ja, von mir aus. Problem haben wir denn natürlich, wenn wir über die Landzunge rüber wollen. Naja, wenn wir beschossen wollen, haben wir sowieso ein Problem. Aber, keine Ahnung, das wäre so meine Idee. Hast du einen Geagrund? Schwier jetzt. Nein. Ich bin hier in der Tanne, ich kann gar keinen Ackrund. Ich habe das Gefühl, der ist wieder runter ins Dorf gegangen, der Typ. Wo bist du? Wo steckst du jetzt? Sag ich dir gleich. Ja. Ich habe nochmal hier was gehört. Also ich würde jetzt nochmal kurz zu dem Roten Haus gehen. Naja, dann machen wir das. Ist das da hinten? Ach, das Schwein, okay. Hat dich einer gesehen? Nein. Glaube ich nicht. Irgendjemand aggert hier gerade ständig Zombies. Ich glaube, der ist irgendwie... Der hat eine Ecke gedreht und ist wieder runter. Eine Runde, meine ich. Wahrscheinlich war da genauso Schiss gehabt wie wir und ist wieder zurück jetzt. Weil er denkt, wir sind weg. Ja. Also die Aggro-Sagg... Ich habe schon wieder eingehört, ja. Aus Südosten immer so. Mal gucken, wo Südosten jetzt hier ist. Da, okay. Na, so Richtung Leuchtturm. Ja, ja, ja. Da höre ich es immer. Ja, dann lass uns doch mal ein Stück in die Richtung gehen. Ja, nee, jetzt ist gerade frei. Ich würde erst mal mich kurz mal runtersneaken. Zum Roten Haus. Ich bin auf dem Weg. Gilly habe ich genommen. Ich habe schon wieder ein Argo gehört. Das kam jetzt aber von dir, oder? Nein. Das kam jetzt von links. Nein. Vielleicht ist der wieder in dem Haus? Also von Norden. Warst du in dem Haus, wo ich jetzt drin bin? Oder warst du in dem Haus gegenüber? In dem roten Backstellenhaus war ich drin. Ah ja, okay. Ja, da hat wieder einer geschrien, jetzt aber aus der anderen Seite. Von Süden. Da hinten ist ja noch ein Dingens drin. Ich gucke mal kurz, was das ist. Hier ist noch ein Rucksack, ein Alice. Und hier ist noch ein Gilly. Alter Schwede, ich glaube, die nehme ich dir mit. Gut, dann mach das. Alles in dem Haus, Achtung, da wanken Zombies rein. Ja. Scheiße. Ich muss gleich rausrennen. Ja, ja. Nicht wundern ich. Ja, ich sehe dich. Okay, ich komme wieder hoch. Ach, da bist du. Ja. So. Den Gilly habe ich im Rucksack, kann ich dir gleich geben. Aber ich glaube, erstmal gucken, ob wir hier sicher sind. Okay, die hauen wieder ab. Ich bin direkt neben dir. Soll ich dir schon den Rucksack packen? Ja, mach ruhig. So, da hast du. Danke. So, wobei, ich sehe das ja genau wie du. So mit Fahrzeugen hier, da macht man ja sofort auf sich aufmerksam. Ja, leider. Ja, leider. Also Heli wäre halt zum drüberfliegen ganz schön, aber das wäre auch schon schön, wenn man mit schießen könnte. Dann würde ich jetzt sagen, wir gehen einfach der Küstenlinie hier lang und schauen mal, da ist ja denn dieser Sebian Field Airport. Ja, da sind jetzt auch welche stationiert. Wer ist da stationiert? Helis oder Spieler? Ähm, nee, äh, Spieler. Stationiert. Weil ich wollte ja, ja, ja. Also einmal ganz unten bei, äh, Old Sormel, bei der Segemühle. Bei, ups, Moment, wo? Bei Old Sormel? Genau, einmal ganz unten, da wollte ich einmal lang. Warte mal. Und einmal wollte ich über diese Verbindung, ähm, Ohm. Ah ja, okay. Da sind auch welche. Du meinst, ach so, okay. Und bei der, und bei der, und bei der Old Sormel, meinst du? Genau, da bin ich dann von Land aus beschossen worden, ähm, da bin ich ja mit einem Boot lang. Mhm. Und dann haben sie noch einen Heli hinterher geschickt, was sie es nicht geschafft haben. Aber ich würde trotzdem sagen, zu Fuß. Ja, ist okay. Okay, gut, dann gehen wir jetzt einfach hier in Richtung, einfach der Küstenlinie folgen. Okay. Irgendwo scheint ja hier wirklich die Action abzugehen. Wo ist denn jetzt mein, warte, also, mein, gut, na denn, äh. Was hast du denn dir markiert, welche Ecke? Ähm, das ist ja eigentlich wurscht. Also ich hab, nur dass ich nicht in die falsche Richtung laufe. Na, ich lauf dir einfach nach. Irgendwo, ja, komm, doch mal einfach mit. Aber nicht, nur die Hälfte Zombies mitnehmen, nicht alle bitte. Na, am besten gar keine. Ist das der, der Trecker, der sich schon so, schon wieder so komisch anhört? Ja. Wie, wir haben eingeagert, hallo? War das Boot vorhin auch schon da? Ist da hinten war noch nicht da, oder? Eigentlich war das Boot hier drüben. Ja. Aber wir wollten das ja nicht nehmen, oder? Pfff. Nö. Wir nehmen den Fußweg. Hilfe! Was? Aber bitte schneller. Hinter uns. Oh, geh doch endlich den Berg hoch. Jetzt hat er mich verloren. Schon wieder alles gut. Und jetzt hat mich ein anderer. Das gibt's ja nicht. Er kann mich doch nicht gesehen haben, Mann. Na ja, ist klar. Wenn die so die Übergänge da bewachen, könnte ich mir denken, klar, dass die einfach darauf aus sind und warten, bis irgendwelche Leute kommen, und die dann über den Haufen schießen. Was natürlich eine ganz tolle Art zu spielen ist. Ja, ja. So, was haben wir da? Ja, genau da. Wir wollten den Turm ja noch mitnehmen. Der war ja vorhin irgendwie so voll. Da rennt dann ein Zombie runter, und das war ein Spieler gewesen. Das ist ein Spieler. Schnell weg. Hinter die Tanne. Mist, Mist, Mist. Ich geh mal hinter den Stein. Ach, geh runter. Wechsel mal kurz die Knarre. Ja, der ist aber jetzt schon weg, glaube ich. Ja. 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 Ja, klar, der ist in die Richtung gerannt. Ich hab ja gar keine Sniper, ey. Das ist ja die dämliche M14-Aim. Wieso ist so ein Sniper? Ach ja, warte mal. Kannst du doch mit Snipern. Ja, ich musste die erstmal auswählen. Da steht was hinter mir. Und der steht ja nur, siehst du das? Wie? Der steht genau hinter mir. Der Zombie steht hinter mir und macht nichts. Ähm, Moment, weiß ich nicht mal, wo du bist. Ach du, da. Ja, ich seh dich. Links runter. Ja, ja, ich seh, da steht ein Zombie, ja. Geh weg. Wenn ich jetzt nachlade, dann hört er das doch sofort, oder? Keine Ahnung, ich seh, wie er da steht. Da hat man nach. Da will ich sehen. Nee, hat er nicht gehört. Aber dass der da einfach nur so steht.